Show zusammen, ich habe ja jetzt eine Wii U mit Super Mario Maker und neun anderen Spielen, aber jetzt spiele ich eigentlich nur Super Mario Maker. Habe schon einige Stunden privat gespielt, aber ja, jetzt startet gleich ein Projekt und zwar Hashtag Road2SMM2. Da werde ich mich auf Super Mario Maker 2 vorbereiten, welches ja Ende Juni, am 28. Juni, das ist ein Freitag, rauskommt. Und da werde ich dann einfach in dieser Zeit noch ein bisschen Super Mario Maker 1 spielen als Vorbereitung. Und ich habe bisher nur Super Mario Maker für 3DS gespielt und da hatte ich natürlich nicht Zugang zu allen Leveln, da konnte man nicht nach Leveln suchen, sondern nur Vorschläge spielen, das war ein bisschen blöd. Aber jetzt habe ich das ganze Mario Maker und da werde ich einfach in diesem Monat mich da möglichst gut vorbereiten, aber die Zeit wird relativ knapp. Denn jetzt läuft auch parallel dazu Super Luigi Odyssey und in absehbarer Zeit kommt auch dieser grosse Hack-Mod vom Gaming Workshop, welcher ganz Super Mario Odyssey enden wird. Und ja, deshalb muss ich wirklich nur auf die wichtigsten Level fokussieren, Super Mario Maker, die ich dann spielen wählte. Und deshalb könnt ihr zwar trotzdem Level 1 senden, aber es wird kein typisches Community-Projekt, wo ihr Level selber baut und die ihr mir schickt. Das wird dann mit Super Mario Maker 2 auf jeden Fall in irgendeiner Form so sein. Aber jetzt bei Road to SMM 2 könnt ihr mir Level 1 senden auf Twitter mit dem Hashtag CTV Road to SMM 2. Einfach so wie das Projekt, einfach mit CTV davor. Also auf Twitter einfach die Level-ID oder die Bookmark-Seite senden. Und das am besten eben, außer ihr seid selber richtig gute Level-Creator, aber einfach sendet mir Level, die ich unbedingt gespielt haben muss als Vorbereitung. Und ja, eure Level, so werde ich dann erst bei Super Mario Maker 2 spielen. Ja, außer ihr seid schon ganz gute Level-Creator, aber könnt mir auch schwierigere Level senden. Nicht unbedingt so extrem Kaizo-Level, aber auch wirklich so schwierige, die gut als Vorbereitung dienen. Ich muss noch ein bisschen Skill aufbauen in diesem Spiel. Das ist dann auch wichtig, damit ich dann mit ein bisschen Skill in Super Mario Maker 2 starten kann. Und ja, also ich hoffe, ihr habt verstanden, warum es in diesem Projekt geht. Möglichst nicht einfach normale Levels senden, sondern möglichst spezielle, möglichst gute Level, die ich unbedingt gespielt haben muss. Denn wir haben etwa nur einen Monat Zeit und es wird wahrscheinlich nicht täglich ein Video kommen. Vielleicht schon, aber ich muss auch noch um die anderen Projekte kümmern. Um mich um die anderen Projekte kümmern. So, gut. Das Video ist auch schon viel zu lang. Vielen Dank für's Zusehen. Auf Twitter, so heiße ich auf Twitter, at steve-ctv. Ihr findet das alles in der Beschreibung. Und da unter dem Hashtag ctv-road-to-smm2 könnt ihr mir die Level zusenden, die ich spiele. Also Level von anderen Leuten, die ich unbedingt spiele. Ja, also gebt doch einen Like und dann sieht man sich schon bei der ersten Folge von Road to SMM 2. Bis dann!